Hallöchen, liebe Minecraft-Freunde. Ja, es ist ein bisschen her, dass wir uns zusammen in dieser Welt befunden haben. Das lag größtenteils daran, dass ich ja nebenbei mit der lieben Hanni diese Weihnachts-Adventure-Map aufgenommen habe, die wir ja so schön zerbackt haben. Die machen wir auf jeden Fall noch zu Ende, aber ich dachte, ich könnte ja... Ist mein Inventar voll? Ich könnte ja nebenbei schon mal mit dem normalen Let's Play weitermachen, weil ich habe jetzt wieder Stimme. Das ist wunderschön, weil ich war... Ich weiß nicht, wer mir auf Twitter folgt, wird es mitgekriegt haben. Aber ich hatte eine richtig fette Erkältung und teilweise überhaupt keine Stimme mehr. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich in einer verkackten Höhle gespeichert habe letztes Mal. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Jedenfalls, ich war richtig dick erkältet. Ich weiß nicht, man hört es immer noch, weil ich bin immer noch erkältet eigentlich. Irgendwie war ich hier auch überall schon. Ich hoffe, ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Also, es ist auf jeden Fall schon viel besser geworden im Vergleich zu dem, wie ich mich vorher angehört habe. Und jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Ich muss heute nicht zur Uni, ich muss heute Abend arbeiten. Aber, ja, ich habe gerade so ein bisschen sturmfrei. Meine Eltern sind weg, mein Freund ist weg. Also, von daher, ich habe Zeit zum Aufnehmen und dachte, warum nicht? Ich versuche das einfach mal. Wenn ich merke, dass mir nach einer Folge wieder die Stimme weggeht, dann gehört das wohl noch nicht zu meinen besten Ideen. Ähm, ja, was gebe zu erzählen? Frohes neues Jahr erst mal. Ja, meine erste Folge, die ich im neuen Jahr aufnehme und ich wünsche euch kein frohes neues Jahr. Das ist so ein bisschen typisch ich. Ähm, naja. Also, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Silvesterabend. Ähm, meiner war ganz entspannt. Ich musste morgens um 5 Uhr aufstehen an Silvester, weil ich arbeiten musste. Deswegen habe ich dann abends nicht so wirklich viel gemacht. Ich habe mir einfach hier zu Hause einen ganz gemütlichen gemacht. Lecker was gekocht. Mehr oder weniger das gemacht, was ich jeden Abend auch mache. Nämlich gezockt. Ja. Ähm. Geht's da hoch? Da geht's hoch. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ja, wie habt ihr denn Silvester gefeiert? War gut, war schlecht. Wie war euer Weihnachten? Das dürfte dann ja auch noch nicht erwähnt worden sein. Ähm. Ich hoffe, ihr kommt jetzt nix. Ich will das Eis nämlich abholen. Ähm. Ja. Was gibt's bei mir denn so Neues? Äh, gar nichts eigentlich. Habe irgendwie voll viele Projekte geplant für euch, wo ich mich sau drauf freue. Die werde ich auch nicht alleine machen, aber diesmal wird's auch nicht mit der Honeyball sein. Ähm. Oh, hier ginge es zur Not raus. Das ist gut zu wissen. Ähm. Ähm, 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 ähm. Ich hab da noch so ein, zwei andere Persönchen, mit denen demnächst noch was kommen wird, wo ihr euch schon darauf Frauen freuen dürft. Dann habe ich mir, ähm, ähm, ich weiß ja nicht, wer von euch auch die Streams von der lieben Honeyball, äh, guckt. Der wird im Chat öfters gelesen haben, dass ich die ganze Zeit rumgeheult habe, dass ich eine Wii U haben will. Naja, war Weihnachten, hab Geld gekriegt, ne. Ähm, ich hab mir eine Wii U gekauft, vorgestern. Ähm, zusammen mit Zelda Wind Waker und Super Mario 3D World. Vielleicht kommt da auch was. Äh, mal gucken. Ich suchte gerade drei, äh, Super Mario 3D World suchte ich privat gerade extrem durch. Ich glaub, ich hab... Boah, ich bin nicht... Ich bin schon richtig weit. Und ich muss sagen, ich liebe die Mario-Spiele einfach. Vor allem, find ich, ist 3D World einfach wieder richtig gut gemacht. Also ich mag... Ich weiß nicht, ich mag's einfach komplett. Das erinnert mich so an die alten Spiele. Das ist so... Oh, das ist... Das versetzt mich total zurück in meine Kindheit. Einfach mit diesem... Wenn man sich ständig so extrem aufregt, wenn man diesen einen blöden Sprung nicht hinkriegt. Oder, oder wenn man einfach keine Ahnung hat, wo man da jetzt hinspringen muss, um noch einen Stern zu kriegen. Oder, oder... Ja, also sowas ist... Ich find das total super, das Spiel. Und dann Windbreaker werde ich als nächstes spielen. Davon wird's aber kein Let's Play oder so geben, weil das hat die Hanni ja auch gerade gemacht. Das wär ja langweilig. Direkt dasselbe hintereinander. Aber mal gucken, es sollen da ja noch richtig coole Spiele für rauskommen. In nächster Zeit. Und dann wird da auf jeden Fall was kommen, weil ich liebe diese Konsole. Ich war nie so der Wii-Fan. Aber jetzt diese Wii U... Ich weiß gar nicht. Am Anfang fand ich die gar nicht so cool. Auch vor allem, weil es da irgendwie keine coolen Spiele für gab. Weil ich hab mir die angeguckt und dachte, ja, das ist... An sich Konsole klingt interessant. Aber einfach keine Spiele für mich dabei. Und dann hab ich halt durch, 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 ähm... Die Streams von der Hanni hab ich dann, äh... Hier Super Mario 3D World entdeckt. Und dann vom Zugucken bin ich schon voll abhängig geworden. Und dann, ja, hab ich sie mir dann gekauft. Ich freu mich voll. Weil es ist so schön mit, mit so einem Zelda Gamepad dabei. Sieht richtig geil aus. So, 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 so in schwarz. Und dann mit goldenen Verzierungen und so. Und ja, dann wird jetzt als nächstes auf den neuen PC gespart. Und dann können wir hier richtig loslegen. Auch mal mit, ähm... Mit, mit Games, äh... Auf richtig hohen Einstellungen und so. Das wird richtig spaßig. Weil, wenn schon, dann spare ich jetzt lieber ein, zwei Monate mehr. Und kaufe mir da irgendwas richtig... Fettes. So, so, so. Wo ich dann auch wirklich die Games richtig schön mit hochschrauben kann. Weil es lohnt sich ja. Also, wenn ich mir das mittlerweile angucke, was man teilweise für Grafik hat bei, bei, bei Spielen. Wo man die, wo man da wirklich kaum noch unterscheiden kann. Ist das jetzt ein bearbeiteter Screenshot? Ist das Ingame-Grafik? Ist das eine Videosequenz in einem Spiel? Ähm, ich möchte das auch. So. Deswegen, vielleicht dauert es dann einen Monat länger oder so. Ich denke mal, aller spätestens. Aller spätestens im Mai. Haben wir keine, uh, wir haben keine Fackeln mehr. Ähm. Ich höre ein Zombie. Oder? Habe ich mir das eingebildet? Ich weiß nicht. Oder war das einfach nur die Kuh? Ich weiß es nicht. 64 Fackeln. Äh. Du kommst wieder mit. Ähm. Da geht's auch noch weiter. Ach, wie ewig wir uns in dieser Höhle aufhalten. Schrecklich. Ähm. Lost Pilzos nehme ich mal mit. Ich habe mir für heute übrigens keinen Kommentar rausgesucht, weil die meisten Kommentare waren eigentlich, Hey Wuschel, wann spielst du weiter? Wann spielst du weiter? Wuschel, Wuschel. Hey, hey Wuschel, wann spielst du weiter? Wuschel, spiel weiter. Ähm. Ja, also wie gesagt, ich hatte über Weihnachten, habe ich einfach echt gedacht, nee. Ich will chillen. Ich habe Ferien. Und, äh, ja, und dann ging auch schon so langsam diese dicke Erkältung los. Also ich habe die irgendwie seit, also Silvester hat die angefangen, sich anzubahnen so langsam. Und dann, dann, dann ging es halt richtig los. Und dann, ähm, deswegen folgt mir ruhig auf, auf, auf Twitter oder so, weil dann, dann kriegt ihr sowas halt auch wirklich mit. Und wenn ihr mir nicht auf Twitter folgen könnt, wollt, wie auch immer, weil ihr keinen Twitter habt, dann auf Facebook oder so. Weil, 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 ähm, ja, da kriegt ihr sowas dann halt auch mit. Warum mal keine Videos kommen, wann keine Videos kommen. Und so, ähm, das ist sowohl für euch als auch für mich ganz praktisch. Weil wir dann halt nicht immer, äh, hier, dann, dann seid ihr informiert. Und ich weiß, dass ihr informiert seid. Macht das Sinn? Glaubt schon. Ähm, so, jetzt buddeln wir uns hier mal hoch, würde ich sagen. Und gehen dann mal nach, nach Hause. Was haben wir eigentlich so auf Tasche? Nö, nö, nö. Ich brauche, muss mir irgendwann nochmal, ja, weiß gar nicht, mache ich das jetzt? Huch. Ich glaube, ich gehe mal ein Stückchen zurück noch hier in dieser Höhle, obwohl ich keine Ahnung mehr habe, von wo wir gekommen sind. Weil ich brauche noch ein bisschen, hier, Mann, Spitzhack haben wir ja mit, ne? Gut. Ich möchte gerne nämlich noch ein bisschen Obsidian mitnehmen, damit wir uns auch einfach mal ein Enchantment Table gönnen können. Ne, hier bin ich eben, glaube ich, vor die Wand gelaufen. Ähm. Mal gucken, ob wir nicht noch so, wie gesagt, reichen ja drei Stück für so einen, für so einen Zaubertisch. Wie heißt das? Zaubertisch? Nee, hier war auch, hier habe ich irgendwas ausgehöhlt. Hier runter dann vermutlich, ne? Nö, nö, nö. Soll ich auch so ein bisschen Obsidian, wäre ganz nice. Dann müssen wir mal überlegen, ob wir uns vielleicht ne Mod installieren, mit der wir, ja quasi so ein bisschen steuern können, ähm, wie wir die Dinger denn entscheiden. Weil ich finde das immer so extremst, hier geht's runter, extremst frustrierend, denn dann sammelt man sich so schön 30 Level an und denkt sich, oh, da kommt jetzt bestimmt voll das Megaschwert bei raus und dann kommt da irgendwas, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Das finde ich immer ein bisschen schade. Deswegen, ähm, ja, gucken wir da mal. Ich persönlich stehe ja total auf Knockback-Schwerter, einfach weil man sich die Creeper damit auch so schön auf Distanz halten kann. Ähm, und dann entscheide ich mir auch noch ganz gerne Bögen, wobei sich das hier bei... Äh, hab ich den Ausgang gefunden. Es stellen nämlich gerade so zwei Fackeln, aber naja, wir wollen jetzt erstmal nach unten. Ähm, ja genau, und ich entscheide mir gerne Bögen, aber das lohnt sich hier einfach noch nicht so dolle, weil, ähm, 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 weil wir halt noch kaum Pfeiler haben und sowas alles. Es lohnt sich halt erst, wenn man richtig Pfeiler angesammelt hat. Ähm, 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 da geht's auch nur hoch, glaube ich. Hm. Ich hab schon noch ein bisschen bedürftig ausgeleuchtet an manchen Stellen, ne? Naja, no risk, no fun, wa? Nee, 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 umgleich hab ich mich komplett verlaufen. Ach, ist das schön. Ansonsten buddeln wir uns gleich einfach mal ein bisschen nach unten. Hier waren wir ja nicht eben gerade. Das sieht auch alles immer gleich aus hier. Hier geht's hoch, hier geht's wieder runter. Und vor ne Wand. So, hier buddeln wir uns jetzt einfach runter. Vielleicht finden wir ja Obsidian, wenn nicht, dann, ähm, weiß ich nicht. Mal gucken. Ähm, ja, was kann ich noch erzählen? Ich könnte so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Rückblick auf mein Jahr 2013 machen. Macht man ja irgendwie so zum neuen Jahr hin. Ich muss sagen, dass mein 2013 eigentlich größtenteils echt in Ordnung war. Also irgendwie, ich hab das sowieso nicht so, dass ich dann direkt so ein ganzes Jahr irgendwie, ähm, ja, als Scheiße abstempeln, nur weil da vielleicht ein, zwei blöde Sachen passiert sind. Weil ich glaube, irgendwann kommt man da sowieso nicht mehr drum, rum, dass in jedem Jahr mindestens ein, zwei Sachen passieren, die richtig scheiße sind. War bei mir letztes Jahr, ähm, nicht anders. Aber trotzdem würde ich, hui, trotzdem würde ich jetzt im Nachhinein nicht behaupten wollen, dass mein 2013 total scheiße war. Ähm, weil, fangen wir mal chronologisch an. Ich hab letztes Jahr, Silvester, hab ich mit, äh, meiner besten Freundin und meinem Freund reingefeiert. Fing also schon mal ganz gut an. Eine normale Spitzhacke haben wir gar nicht mehr, ne? Ich möchte mir aber gerne noch eine craften, weil ich jetzt nicht für alles die Diamantspitzhacke nehmen wollte. Wir haben aber auch nur noch ein Eisen, ne? Dann müssen wir uns gerade erst noch Eisen brennen. Moment. Machen wir hier mal wieder so eine kleine Werkstation hin. Ähm. Das hat also schon mal ganz gut angefangen. Ähm. Ja, dann, 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 so. Ich glaub, groß, groß passiert ist gar nichts bei mir in dem Jahr, wo ich jetzt sagen würde, yay, das, 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 das behalte ich als, als den Moment 2013, ähm, im, im, im Kopf. Ich war dieses, ich war letztes Jahr in Holland auf einem Festival, das war total super. Ich war auf ganz vielen Konzerten von meiner Lieblingsband, ich, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ich, ähm, so, den konnte ich noch mitnehmen, brav, ne? Äh, ich, 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 ich war auf ganz, ganz vielen Mittelaltermärkten, das hat total Spaß gemacht. Ich, ähm, ich, 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 ich war auf einem Paramore-Konzert und hab ein verkacktes Meet & Greet mit denen gewonnen gehabt. Also, ich habe wirklich Paramore getroffen. Ich weiß nicht, ich, war hier grad was? Ne, ne? Ich hoffe, ihr kennt Paramore, zumindest einige von euch, ansonsten, ähm, muss ich schwer in eurer Erziehung arbeiten. Also, auf jeden Fall, ich hab ein verkacktes Paramore-Meet & Greet, ähm, gewonnen. Ich hab dabei, äh, das Konzert war in München, ich hab dabei einen sehr, sehr guten Freund von mir besucht und war da ein paar Tage. Das war voll super, ich hab endlich meinen Uni-Platz bekommen. Das war für mich wirklich so, glaub ich, das, äh, nicht das Highlight, aber mit ein Highlight. Aber ich brauch noch mehr Eisen, weil ich ja jetzt so einen scheiß Wassereimer brauche. Häh! Ähm, wo? Ähm, dann, ja, ich hab angefangen zur Uni zu gehen. Ich hab da direkt Freunde gefunden. Das war ja so meine, meine größte Angst, dass ich da irgendwie hingehe und mit keinem richtig warm werde, was ja eigentlich voll normal ist, wenn man irgendwo hingeht, wo man noch nie war, wo man, wo man komplett neu ist, im Prinzip. Ist das, glaub ich, ganz normal, dass man da diese Angst hat, ähm, dass man, dass man so, ähm, ja, keinen wirklichen Anschluss findet. Aber das hat voll super geklappt. Ich glaub, so innerhalb der ersten ein, zwei Wochen hab ich dann so direkt meine Leute gefunden, mit denen ich jetzt auch wirklich, ähm, befreundet bin. Und das, das, das war schon... Huch, nicht die Kohle wegschmeißen. Kohle! Ähm, und das war schon, ähm, sehr, sehr cool. Wir brauchen Wasser, ne? Scheiße. Wo kriegen wir hier jetzt noch Wasser her? Aber erstmal, wir müssen uns das hier voll markieren, damit wir hier bloß wieder hinfinden. Redstone. Wasser. Komm, Minecraft, sonst ist überall immer Wasser und schwemmt einen weg von irgendwo. Ich möchte den Redstone da eigentlich ganz gerne mal mitnehmen. Redstone, Redstone. Sammel, sammel, sammel. Ähm, wie gesagt, ich hab meinen Uniplatz gekriegt und natürlich, äh, absolut nicht zu vergessen, ich hab, ich hab diesen Kanal hier aufgemacht. Ähm, und ich bin irgendwie immer noch perplex. Also, also, gerade jetzt nochmal, äh, seitdem ich die, die, die neue Map da mit der Honey aufgenommen habe. Ich bin jetzt, glaub ich, weil fast 2200 Abonnenten und, äh, man muss sich das mal irgendwie überlegen. Ich hab im Oktober, glaub ich, mit diesen Videos angefangen. Ähm, also das ist schon echt ganz schön, äh. Ja, also ich, ich kann das manchmal selber noch nicht so ganz glauben. Dann sitze ich das, ja, klar. 2100 Leute interessieren sich für dich und deine Videos. Als ob. Als ob. Aber scheint ja wirklich so zu sein. Und das, das ist, äh, krass. Also, ähm, das sind so Sachen, mit denen hätte ich einfach niemals gerechnet. Ähm. Und, äh, da bin ich, da bin ich wirklich super dankbar für. Weil es hätte halt auch einfach total, äh, anders laufen können. So nach dem Motto, niemand hätte sich für diese, ich höre die ganze Zeit Creeper, weil irgendwie sind hier keine, oder? Ähm, niemand hätte sich für das hier interessieren können. Dann wäre dieser Kanal vermutlich, wasser, ganz, ganz schnell in der Versenkung verschwunden. Ähm, weil man macht es ja nicht in dem Sinne, um eine hohe Abonnentenzahl zu kriegen, sondern in erster Linie, also für mich zählt, ähm, unglaublich viel dieser Faktor, äh, weil, weil ich ja auch selber Let's Plays gucke, ähm, zählt für mich ganz besonders dieser Faktor, dass ich andere unterhalten möchte. Und, ähm. Ähm, weil, wie gesagt, ich gucke selber Let's Plays und das ist für mich halt auch der Hauptfaktor, warum ich Let's Plays gucke, weil sie mich gut unterhalten, weil mir das Spaß macht, mir die anzugucken. Und das ist für mich dann halt auch so hauptsächlich, ähm, der Grund, warum ich damit angefangen habe, weil ich, ja, ich möchte gerne andere Leute damit unterhalten, weil für mich selber zocken kann ich, kann ich auch ohne Kanal. Ach, hier kommt das Schwert, braucht keine Sau mehr. Ähm, kann ich auch ohne Kanal, aber ich dachte, ich, ich liebe Let's Plays einfach. Ich finde dieses Format, Format, Format total super. Ähm, schon allein, wenn ich mir überlegt habe, was ich mir schon alles für Spiele gekauft habe, weil ich da früher ein Let's Play von gesehen habe oder angefangen habe zu gucken. Ach komm, nehmen wir noch ein paar mehr mit. Ähm. Und, 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 da ist größtenswert die Honeyball-Rantun. Also ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich mir wegen dieser Frau schon gekauft habe, weil ich die dann so cool fand. Ich hab mir Sims damals gekauft. Ich hab mir die ganzen Erweiterungspacks gekauft, weil ich ihre Let's Plays geguckt habe. Ich hab mir SimCity gekauft, ich hab mir jetzt diese verkackte Wii U gekauft, ich hab mir dazu ein Spiel gekauft, ich hab mir Guild Wars gekauft, ich hab mir Burnout Paradise gekauft, ich hab mir Need for Speed gekauft. Und, ähm, ich glaub, ich hab die Liste könnte ich jetzt endlos so weitermachen. Und, ähm, ich, ich find Let's Plays einfach super unterhaltsam und ich wollte gerne versuchen, ob ich das auch kann für andere Leute quasi. Ob, ähm, ob, Mist, ob, ähm, ja, das ist, das ist schwer auszudrücken, aber ob ich es auch schaffen kann, euch mit dem, was ich hier mache, so zu unterhalten, dass ihr diese Videos guckt. Und ich behaupte einfach mal, dass ich das ganz gut hinkriege, so, auf, auf, in, in dem Rahmen, wie das Ganze hier jetzt so läuft. Wie viele Obsidian haben wir jetzt? Zehn. Wir brauchen drei für den, für den, für den, ähm, Enchantment Table, ne, vier, ne? Und wie viel braucht man maximal für eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn? Brauchen wir vier Zehn insgesamt. Da können wir uns nämlich noch ein schönes Portal machen. Ich glaub, ich mach mal eine Folgenpause. Die Folge dürfte ja auch schon wieder ewig lang sein. Ähm, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo ich dann weiter phasel. Tschüssi! Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.